Los, los geht's, YouTube. Das ist, was wir gesagt haben hier in Game. Los geht's, neue Folge A Takes Two. Und ab geht die Luzi. Oh mein Gott. Oh Gott, er hat... Was? Ich muss lenken und du musst schießen. Boah. Musst du das wegschießen? Ja, ich versuch's. Ich versuch's. Oh Gott. Was? Ich glaub, du musst über die Dinger drüber springen. Die kann ich nicht wegschießen. Aber... Und ich muss die Viecher wegschießen. Oh oh, aber unser Freund ist gleich tot. Ja, das machen wir gleich nochmal. Oh fuck. Oh Gott, er hat sich jetzt gekriegt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Da brauchen wir so lange zum Nachladen. Aua. Oh, ey. Wir brauchen bei 100 Jahre zum Nachladen. Hallo, YouTube. Genau auf da. Ah, okay. Wir starten nicht ganz von vorne. Nee, nee. Ich kann halt auch hier auszielen. Ich versuch, jeden Zweiten irgendwie mitzunehmen, der direkt in der Mitte ist. Sehr gut. Sehr gut. Hey, you better not get us killed, if you want that nectar. No, still no. Shoot them. Nice one, May. Warum ist das so... Sie zieht sie nicht nach oben. Egal. Nicht abstiegen. Okay. Aua. Das ist... Wieso... Oh mein Gott. Ich schaffe das, ich glaube dran, der Kee war so geil. Ähm. Weißt du, an was mich das erinnert? An die dicke Raupe bei... Das große Krabbeln. Ja, die immer gerne nehmen wollte. Ja. Gemeint. Jetzt bin ich wundetzenisch, Mädeling. Das war so cool. Okay. Okay. Nein. Unser Freund. Ähm. Weißt du, wir wissen, dass du nicht die reale Kee warst. Ja. Du bist ein Robot. Lies. Ich bin der Supreme Wasp Queen. Sie ist unsere Supreme Wasp Queen. Exakt. Attack. Okay. Ich werde dich wie ein Bedeutung. Okay, wieder die Hammer. Sehr gut. Wir müssen sie erst irgendwie auf sie schießen, oder? Oh, wir müssen um sie hier... Warte mal, was muss ich machen? Ja, irgendwas... Vorsicht, Bean, komm. Ah, hier hinten auf sie. Ich war da, wo die Kreuze sind, da müssen wir drauf. Au, 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 hier vorne sind Bean. Okay, was müssen wir jetzt machen? Auf die Kreuze. Sie hat vorn und hinten Kreuze auf ihrem Körper. Die müssen abschießen. Genau. Achtung, hier vorne wieder. Oh. Oh, holy. Was war das für ein Angriff. Achtung, neue Bean. Ja. Schließt, Junge. Okay. Oh, das war letzte Sekunde Rettung. Äh. Bean? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte, wir müssen auf die Schienen. Auf die Schienen. Ach. Die müssen hier vorne noch. Oh Gott, ich hoffe, den Zuschauern wird nicht schlecht von meinem Kamera gewackelt. Ja, dann ist es auch nicht besser. Oh, okay, oben ist sie schon kaputt. Okay. Ah. Au. Äh, die sind ja hier. Oh, war dem Schwer, du? Okay, ich bin dran. Bleib daneben. Geht's doch mal zu tief. Das sind wieder neue. Boah. Ich bin gerade gefühlt ja nichts mehr hin. Sehr gut. Guter Schiff. Wir füllen uns auch ab. Ach du Schiff. Guck mal, die Schienen sind versperrt. Ja, dann erstmal die Schienen frei machen. Äh. Hä? Was? Hä? Ich kann nichts schießen. Bienenbomben. Müssen einfach springen. Aua. Es sind Bienenbomben. Aua. Aua, ist doch tot. Soll ich am Leben bitte. Ja. Oh, das war knapp. Jetzt bin ich kurz tot. Aua, Aua, Aua. Ich bin auch einmal eingesprungen. Okay, jetzt. Aua. Hier schwebt so ein Ding in der Luft. Oh Gott, das ist mir das... Das komische Schwert. Bleib am Leben, bleib am Leben. Oh, wir haben sie zur Hälfte. Für alle, die das sehen und denken, was stellen die sich denn so an? Das ist gar nicht so leicht hier. Nee. Wir müssen mal hin... Warte mal, ich gehe mal hinter sie. Oh, ich kann gerade nicht hinter sie. Ich muss von hinten auf sie. Aua. Oh, sie hat jetzt hier Schutz hinter sich, Susi. Naja, ich bin gerade tot. Warte. Komm, Alter. Ah! Ich muss hinter ihr... Ich kann hinter ihr nicht schießen. Die sind alle jetzt nach vorne gekommen. Warte, da müssen wir gemeinsam hinter oder so. Ich kann hier vorne erstmal ein bisschen was wegkriegen. Okay, los. Den du siehst. Jetzt. Ah! Ich schieße! Ich zieh es nicht! Sehr gut. Hast du aber irgendwas getroffen? Oh, schieß! Ey, das ist total krass, wenn wir aufeinander angewiesen sind. Aber wir müssen die doch langsam mal... Die hat halt hier ihr Schutzschild die ganze Zeit. Uah! Ich stehe eben wie ein Schwarm. Das Ding ist halt, es kommen halt immer wieder neue. Ich weiß nicht, wie wir das am besten machen sollen. Oh ja, jetzt, 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 jetzt. Jetzt kann ich hier hinten drauf schießen. Ja, haben wir. Unten. Oh Gott, die haben mich, die haben... Was? Okay, Luftangriff. Oh! Oh Gott. Ich mach immer diesen Flitze-Angriff hier grad. Ja, ja. Wir können nicht... Oh! Das ist gemein. Wir können nicht runterfallen, aber... Die lenken halt nach. Das ist unfair. Und dieser Plöpsel dort in der Luft... Okay, war's das? Ich geh hinter sie. Ja. Au! Okay, sie hat... Sie hat oben... Aber sie dreht sich mit mir mit. Ja, aber ich hab sie trotzdem ein bisschen getroffen. Sie hat kein Schutzschild hinten. Komm mal. Ich hab sie hinten nass. Nee, vielleicht ein bisschen. Es kam doch noch die. Ja. Aua. Okay, ich versuch's nochmal. Naja, sie hat ein Schutzschild. Nicht mehr. Sie ist hinten voll. Sie ist hinten voll. Ja, ich komm mal. Ei, ei, ei. Ähm. Ähm. Oh, der Kopf noch, oder? Ja. Ich weiß gar nicht... Die Kette, die Kette, die Kette! Ah, okay. Ah! Oh! Das ist gemein. Nach oben gucken und... Okay, kannst du's versuchen? Ja, ja, warte. Alter, wie kreativ ist dieser Bosskampf? Ja. Entschuldigung. Wie gut ist das bitte? Oh, wieder neue hier. Okay, jetzt. Kette, Kette. 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 Oh, sie ist fast durch. Okay, Kette ist voll. Oh. Na, wird euch schwindlig, YouTube? Na? Habt ihr Spaß mit YouTube? Oh. Explosionsdronner. Der Untertüge. Explosionsdronner. Oh Gott. Oh, meine Tube ist leer. Oh nein. Doch, da wäre ein Eichhörnchen drin. Oh. Oh, she's actually really furry and sweet. Yeah. No, no, no. I am the wasp queen. She's fooled us. No, no, no. I told you, see? It's a robot. It's a stupid fumblebee. No, wait. Don't hurt me. Look. Look, it's Nektar. She's kept Nektar from us. Oh, don't take my Nektar. M oxen at home. Let's kill them all. Ähm, ich hab Angst. James Bond, oder was? Ja, so übel, oder? Ja, mega. Ganz viel. Komm mal. Die ist so süß. Wasp Queen, what's the point if you can't be special? But you are special. You are one of the noblest pollinators in nature. I am? Shoot them all. Weil die Rampo halt kann. Was soll das? Was soll das? Ich muss wieder schießen? Ja. Ich hab schon voll die Triggerfinger. Wo ist das Gas? Jetzt kommt das Unterhosenflugzeug. Ja. Oh. Ich muss mit dem Stick nach oben, damit das Flugzeug runter geht. Ich hasse sowas. Halt Flugzeugsteuerung, ne? Oh, hier unten, ne? Sorry. Ich hab's nicht gesehen. Ich kann Dauerfeuer machen, gut. Ich hab' viel kleineres Blickfeld als du. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann nicht nach hinten schießen. Okay, das ist gut. Oh. Sorry. Alles gut. Was aber auch? Okay. Scheiße. Oh mein Gott. Kein Ding. Das klingt so nach Fischbüchse, ne? Auf rein. Eigentlich hätten wir mal links laufen können. Oh Gott, ich hab grad voll die Grafik auf. Äh. Bei mir ist grad irgendwie... Okay. Was? Mein Monitor ist grad irgendwie komisch. Ich hab keine Ahnung, ich hoffe, es nimmt hier noch auf. Also im Spiel sieht's bei mir bei dir alles normal aus. Aber das... Ja, hier auch. Ich glaube, das nimmt auch noch auf. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auf einmal einen schwappen Hintergrund und ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Okay. Oh, jetzt musst du nach hinten schießen, oder was? Ja, ich glaube... Aua! Äh, was? Ich kann mich drehen, aber ich kann mich nicht! Oh mein Gott, eben konnte ich mich nicht drehen. Ah, die Steuerrug ist... Naja... Dein Unterhose ist fast kaputt, Junge! Es ist nichts. Äh... Das ist ein Minenfeld hier! Verdammt, das ist ein Minenfeld! Such dir ein Loch aus! Unten! Ah! Oh oh, der ist gleich kaputt, der Gleiter! Die werden angegriffen! Die werden angegriffen! Ja! Die werden angegriffen! Die haben Auto-Aim, Gott sei Dank! Du schaffst das! Oh Gott! Oh Gott! Oh mein Gott! Es ist überall! Nächstes Lieblingsspiel mit der Flight Simulator! Ja! Ja, aber so was wollen! Wir sind jetzt so was schon gut vorbereitet wieder! Weil mein Controller gebriert... Weil mein Controller gebriert... Mein Controller gebriert die ganze Zeit! Hey! Ich glaube... Ja! Oh mein Gott! Sieht gut aus! Ab durch die Hecke! Oh Gott! Ein Eishörnchen! Nein! Deine Waffe ist weg! Oh Gott! Ich stehe mit dem Eishörnchen oben drauf! Oh mein Gott! Oh Gott! Ich muss mit dem Kämpfer weg! Okay! Ich weiß nicht wie ich ausweichen soll! Ich weiß nicht! Ich kann irgendwie nicht richtig auf dich achten! Ich kann... Ich kann keinen Smash-Brunner! Ich bin da drin jetzt! Oh, ich hab da noch gesagt! Oh, du hast denen schon gut Schaden gemacht! Okay, warte! Oh Gott! Der hat einen Kamehameha! Ich bin gleich... Oh! Oh! Aua! Oh! Das muss man mal machen! Der hat einen Kamehameha! Verdammtes! Aua! Wie? In der Luft? Ich räume! Oh! Sehr gut! Aua! So wenn ich hier jetzt hier noch einen Unfall mache... Alter... Ich bin in so Smash-Spielen! Ich finde sowas nicht gut. Oh Gott. Was jetzt? Oh, wir müssen... Oh, wir müssen es ausgleichen. Jetzt ein bisschen mehr in meine Richtung. Warte, warte, in die Mitte. Finde ich. Links. Mitte. Oh, rechts. Links. Bitte. Wir dann müssen links, oder? Mitte. Und links. Sehr gut. Es funktioniert. Ja, kriegen wir hin. Au, 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 au. Ich kann auch gar nicht darauf achten, was die da... Nee. Ich weiß auch nicht, was die erzählen. Was sind jetzt? Okay, das... Oh, rechts. Okay. Das haben wir geschafft. Oh. Oh. Links. Bitte. Ich würde so gerne gucken, weißt du? Ja. Wo waren wir zur Hölle? Überraschung! The window's open! Juhu! Ehh... Ah! Shit! Ich hab links gelenkt. Ich glaube, wir müssen erstmal gar nichts lenken, wenn wir dort reinkommen. Oh. He he he! Oh! Hey! Oh! 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 Hä? Nee, also müssen wir... Aber wir haben doch erst nach rechts und dann haben wir es nicht mehr nach links rumgeschafft. Dann müssen wir vorher schon ein bisschen nach rechts irgendwie. Hä? Ich denke rechts. Ja, aber wir müssen jetzt... Jetzt ist es links, das Ding. Ja, vielleicht müssen wir am Haus vorbei. Nein, wir müssen drunter durch. Wieso denn? Ich wollte jetzt hier den Weg lang. Also wir können doch auch da gerade durch. An der Seite vorbei, oder? Das habe ich nicht gesehen. Ich glaube, das geht besser wie unten drunter durch, oder? Mein Gott, das ist unsere erste Entscheidung, die wir diskutieren müssen. Also was jetzt? Ja, dann halt nach rechts. Aber wir dürfen nicht zu weit nach rechts. Das geht ja dann oft schief. Das ist ein bisschen... Ja, das sieht gut aus. Was sieht das hier aus? Egal, egal. Ich glaube, das muss man in der Mitte, oder? Okay. Alter, Alter. Ich glaube, das muss man in der Mitte, oder? Ich glaube, das ist das hier. Ich glaube, das muss man in der Mitte, oder? Du hast das Loch wieder? Okay. Ich werde nicht zu dir. Aber wenn du fühlst, dann vielleicht können wir mit Moonbaboon wieder spielen? Und alle anderen Spacetwas du hast, von mir. Wir haben nicht mit ihnen in lange Zeit. Die Klinge ist schon echt goldig, ne? Ja, aber die hat so süßes Segelöhrchen. Die tut mir voll leid. Keine Türen in ihrem Zimmer? Das ist das letzte Mal, ich bin bei der Seat des Pants. Oh, ha ha, du bist ein komedian, du kennst das? Oh, danke. Look, da sie ist. Oh, ich miss sie. Do you think sie ist okay? Oh, sie sieht gut. Ich meine, sie spielt wie nichts passiert. Thank goodness. Let's go und talk to her. Ja, aber wir sollten beantworte. Wir wollen sie nicht schrecklich. Oh Gott, was ich da schrocken. Ich habe ihn ja schon ein bisschen vermisst. Oh Gott, was ich da schrocken? Of course we can. Rose ist nicht der Problem. He ist. Sie ist. You see, I don't think you are ready. Wait, is he trying to stop us? I think that he is. And are we going to let him? No. Wait, what if we can't make Rose cry? We have to. Or we'll be stuck like this forever. But she hardly ever cries. Yeah, I know. Look, we'll figure something out, okay? We just, we really need those tears. And the bigger the better. Okay. Okay, okay. Ach, das? Astronaut? Ja. Glaube ich? Ja, das kann sein. Ich werde aber vorschlagen. Ja, wir sind in einem neuen Biom angekommen. Ja. In einem neuen Teil. In Roses Zimmer. Ja. Und das gucken wir uns nächste Folge an. Richtig, würde ich auch sagen. Und YouTube? Sinne. Ja, danke, dass ihr uns auf dieser wilden Fahrt begleitet habt. Diesen wilden Flug, besser gesagt. Ja, generell das letzte Kapitel war einfach nur wild am Ende. Alter Falter. Der Endkampf, mega. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind gar nicht so oft gestorben. Ich bin schon ein bisschen stolz auf uns. Also bis jetzt muss ich sagen, ich glaube, das wird noch schwerer. Aber bis jetzt finde ich, ist alles machbar. Auch wenn du zwischendurch drauf gehst, aber es ist machbar. Ja. So, und jetzt macht's gut, YouTube. Bis dann. Tschüss.